Bitte Primo OMG OMG du hast die Waffe Andy du hast die Waffe Was machst du für eine Scheiße Hey Leute im Namen ist Eric Cartman und willkommen zum Let's Play Gary Smott Ja und jetzt erstmal wieder die normale Stimme wir spielen heute Mörder mit dem Butti und dem Warnierli Hallo Ja und wir haben uns gedacht wir spielen heute ein bisschen Mörder Keine Ahnung hätten wir heute schon zu Schwanz im Mund Just for Fun einfach jetzt eine Map nehmen und spielen Wir spielen auf einem polnischen Server Die geklaute Map Genau und ich bin gerade umgebracht worden wie ihr vielleicht am Anfang des Videos gesehen habt und jetzt müssen wir warten bis der Mörder der mich umgebracht hat erstmal umgebracht wird damit wir hier weiter spielen können Gut gut Ja geht auf mich und dann so Smoke weed everyday Smoke 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 weed everyday Ja das ist der Andi Packst du gerade im Busch herum oder was Ja er packt mich herum Okay Andy wird doch angerufen Wehe du hebst jetzt ab Wehe du hebst jetzt ab Nein ich hebe nicht ab Oh Alter Da war das Graschnupfen Das war jetzt Impact Impact Clan Uploadplan Uploadplan Mein Uploadplan genau Also Leute Ich hab keinen Uploadplan Ne also Leute Jetzt erstmal zu einer Information Jetzt wo wir hier so chillen sind Am chillen sind Es gibt jetzt zur Zeit keine GTA Videos mehr Weil mein Netzteil GTA Gerade nicht mehr packt Weil mein Netzteil im Arsch ist Also wundert euch nicht Und ich kaufe mir demnächst ein neues Netzteil Dass ich wieder neue Videos bringen kann Und der Mörder wurde umgebracht Wir sind wieder drinnen Gut What the fuck Chestes Ich hab die Waffe Ah gut Dann chill ich mich zu dir Ich weiß noch nicht wie ich grad heiße Und das ist alles auf Polnisch Auf Polnisch heißt DC Ich bin Niko Wie hast du? Sehr schön Ich bin Bravo Und ich bin am Dach Bote bist du Romeo? Nee nein ich bin Zulu Jungs Oh scheiße ich glaube Romeo ist Mörder Falls ich Tut mir leid falls ich Panikattacken bekomme Hilfe Mich verfolgt dieser Delta Wo seid ihr? Picken Picken Ich seh ja nicht mein Chatting Map Da ist ein Haus Okay Da kann ich rein Geil drinnen seh ich was Wo seid ihr? Ich chill mich zu den Leuten da hinten hin Ah eine Banane Ich bin da oben am Dach Wo bist du? Oh Mörder 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 Miko 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 habe ich vorher gesehen Mann Oh guck ich bin da gerade so geil gechillt mit irgendjemandem Kurt wie kann man ansprinten und laufen oder halt hoch springen weißt du das? Ähm du drückst Shift zum laufen hoch springen mit Leertaste und Steuerung und Leertaste um höher zu springen protects Das ist die solche Technik Die Steuerung oder Leertaste ist das Ah ok dass du soweit drüber könnt Oh mein Gott Ich hab' irgendwo alleine das ist nicht sehr gut Diese Suess oder? Mörder 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 auf Mörder ist umgebracht worden Warte der Mörder ist umgebracht worden Da ein Ohr, schau, schau, es nimmt dir die Leiter Okay, das heißt, es wird, warte, was ist wir Deck? Es wird, es wird Deck ihm oder was? Ja, das ist die Waffe, du hast die Secret Waffe Oh ja, das ist die Secret Waffe Nicht auspacken, erst auspacken, wenn der Mörder ist, weil sonst bringt er dich als erstes um, wenn er sieht, dass du die Waffe hast Ich habe nicht die Waffe Na dann, ja doch nicht Das ist doch scheiße Was ist das auf der Seite? Ui, da kann man hoch Ich habe Angst, du seid ihr Ich bin wegen so einem LKW, ich kenne die Map nicht so toll Ich mache französisch und setze mich in die Ecke Ich kann nur schätzen, dass das ein LKW ist Ah, okay, das ist ein LKW Du gibst Manni Boy französisch in der Ecke, habe ich verstanden, Andi Oh, ich will wieder die andere Map haben Ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist Bravo, der geht mir gerade die ganze Zeit nach Wenn er das ist dann Tja Ich trau auf die Heaten, warum kommst du da rein? Kommt da nicht rein, kurz die Bote Das Echo Wo kommst du mit rein? Da, wo du vorher oben warst Hä? Wo waren bitte vorher? Du meinst, auf dem Dach? Ja, dort Wo ist diese? Na, ich will auch mal Mörder sein, kann ich so richtig geil, alle, alle Leute so abballern Hallo Oh, ich mache jetzt was ganz was fieses Mit dem Messer ist es egal, dass mit dem Lichtschwert Haha, ich geblock mal die Tür Oh komm, das ist doch scheiße Oh fuck, bitte nicht umbringen Wo seid ihr? Ich weiß nicht, ich war da gerade irgendwie in so einem Waffending Da ist er, das ist sicher die Sau November ist das wohl nicht Weiß bravo Jetzt hat er mich ja schon umgebracht Weiß bravo Keine Ahnung, ich bin Echo Ich bin Sierra Oder wenn da nicht Verpiss dich von mir, du Sau Wenn ich da alles auf Polnisch wäre, würde ich aber nächstens irgendwas verstehen Help, help, help Was redest du mich an? Redet er dich an? Ja, der Bravo Ah, ich seh ihn auch gerade Ich glaub, das ist Mörder Geht the fuck out of you Wider bitte, der Nashorn soll weg von mir gehen Der Nashorn Der Nashorn Oh mein Gott, Mörder, Whisky, Whisky, Whisky Whisky, it's risky, whiskey, 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 it's risky Oh mein Gott Fuck, ich schirr mich da irgendwo hin Ich bin gar nicht da Ich bin gar nicht da Alter, ich bin im in common Stuhl Kann man da eigentlich rennen? Nein, oder? Ja doch Ja Mit, mit Shift, oder? Das geht gar nicht auf dem Server, gell? Alter, gut, ich bin im Trottland common Ne, ich auch Ja, ich war mit ihm alleine Ich bin trotzdem immer schläft, die sind mir jetzt erst aufgefallen Und ich guck raus Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der kommt rein, der kommt rein, der kommt rein Hilfe, ich bin stecken geblieben Oh, ich will gar nicht da, ich tue einfach so Alter, ich hab nicht da Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Der Tief macht mir Angst, halt, der ist gerade vor mir dran Fuck Fuck Ich bin da Alter, was geh ich da für den Scheiß? Die Angie schreibt mich gerade an Angie am Start, hallo Fuck, er ist da Ja, ist er Sierra, ach du bist es, ne, Sierra Ich bin Sierra, ja Sierra, ja Oh mein Gott, oh mein Gott, oh, mach die scheiß Tür zu, mach die scheiß Tür zu Warte, ich versuche die Tür zu zu blocken, okay Auch wenn das nicht illegal ist, ist mir egal Illegal, scheißegal Ich glaube, er tut gerade sein Skin wechseln Nein, nein, nein Du musst wenn dann vor der Tür stehen Ist hinter uns noch eine Tür, schau mal, ob hinter uns noch irgendwas ist Ja, ich schau Ah, die Fensterscheiben, da ist er ganz Die ganze Reihe Fensterscheiben Okay Weißt du, was wir machen, wenn er die Fensterscheiben, obwohl Fuck, ich hab Angst Ich hab Angst Da ist er Ich hab solche Angst Er ist er, beschützt mich Oh, die Tür geht auch so Oh, fuck Oh, der Mörder, oh scheiße Warte, ähm Oh mein Gott, der hat mich nicht gesehen Jetzt geht er ins Haus Du bist Echo, oder? Ich bin Echo, ja An die Sierra Oh mein Gott Ich hau da ab Da oben ist jemand, wie heißt er? Lima Lichte Maske Lima geht er nicht hinterher schon mal Ach du Scheiße, wo bin ich? Kann man die Oh, ist doch scheiße, immer solche Türen, wo das nicht aufgeht Grüß Gott Nicht Chili Mac Na, Camper Ich frag mich grad, wo der Mörder ist Ich find ihn grad nett Nicht, dass die da irgendwo eine Waffe noch verstecken können oder so Nein Kann ich denn mit mir ziehen oder nicht? Uniform Das ist ich Das ist ich Das war ich Einmal Der Uniform Ich bin irgendwo, ich weiß es nicht Und ich nehm mal einen Ziegelstein mit Bei mir ist das Ergelstein Ui, da ist was Eins gesammelt Ich brauch noch drei Stück Dann krieg ich die Waffe Kann ich damit Sachen einschlagen? Oha, ich hatte vorher auch eines Nö Ja, ich glaub man braucht vier Stück oder so Dann kriegst du die Waffe raus Drüben ist ja eine Banane auch Was ist das? Bei mir war es zumindest Ja, aber Was ist denn das für Dinge? Nein Wirklich? Ich hab mich grad zeh Oh komm Ich bin im Fleischwolf reingekommen Das ist doch scheiße Durch den Fleischwolf geht reden Andi, Andi, schimmelst du noch wo? Andi, du bist der letzte Überlebende Ich bin im Fleischwolf Gut, schau mal wo ich bin Das kann auch nur mir passieren Alter, du bist Ey, mach, geh bitte Du hast keine Waffe, oder? Geh einfach zum Typen Und lass dich umbringen von ihm Bitte, weil sonst Dauert das noch zehn Stunden Du, du Camper Du dreckiger Er ist in einem Haus drinnen Im Café ist er Im Café, Tschi Oder bring du ihn um Ja, wie soll ich? Bin gestorben Da ist er nicht Der Andi kann ihn nicht umbringen Er hat keine Waffe Alter, wie blöd ist denn der Mörder überhaupt? Ja, wo, ja, eben meine ich ja Alter, der Mörder ist behindert Weil der Mörder kann eigentlich die Fußabdrücke sehen Geht's auch in Deutsch oder Englisch? Frage ich mich auch, Alter Bolen ist nur einmal im Jahr Schwarze Amor ist auch nicht einmal im Jahr Dann habe ich immer Er ist gerade auf irgendeiner Sonne Toilette Was macht der Trottler? Ganz ehrlich, du rennst ja schon die ganze Zeit herum Der findet dich nicht Jetzt ist er da hingegangen Wo du vorher gekämmt hast Warte, warte, warte Geh geradeaus Genau, genau, genau Schau, da ist er, da ist er Boah, ist der Typ blind Ich habe noch nie in meinem Leben So einen Mörder gesehen wie den hier Der ist echt blind Danke Endlich Alter Blinder geht's nicht mehr Bitte lass mich Mörder sein Lass mich Mörder sein Bitte lass mich Lass mich mal Alter, ich werde nie Mörder Und nie beißen Denn da mit Waffe Ist doch langweilig Keil Keil Keil, du verfickter Jude Immer der gleiche Scheiß Oh, geil Mama, Mann Hörst du endlich auf, mich zu ficken Maaam Die tun mich wieder im Internet dissen Ich bin DJ Die Folge Die Folge, wo er WoW spielt Und dann so richtig Reinscheiß In den Dächer da In die Schüssen Erinnert mich an den Wie, was dir der eine Wiesdreiche Oh, 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 oh Du bist erschwissen Ja, willst du da Ich sage An wen erinnert er dich? An so ein fettes Kind Du weißt schon, wen ich meine Ah, ja Ich habe einen Hotdog gefunden Wetten, da oben ist der Mörder Wetten wir, da oben ist der Mörder Ich geh da mal rein Oh, das ist eine Toilette Wie nett War da jemand reingeschissen Und er ist über Blut, ey Ekelhaft Nein, nicht umbringen, bitte nicht, Juliet Ich bin kein Mörder Bitte bring mich nicht um Bitte bring mich nicht um Ich bin nicht juliet Oh mein Gott, bitte Ich werde dich da nur ein Nein, Alter, du gehst da weg Ich hau dich sonst zahm an Du bist doch so troll Ich gehst ein Opfer von da Bitte kann nicht rausgehen Andy, bitte Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, du hast die Waffe, Andi, du hast die Waffe, was machst du für die Scheiße? Boah, fuck Waaaahh, Nazi Alter, du hat es dich erhalten Ich hab Toilts eingesperrt und der hat uns umbrach Na, du bist doch so asoziell. Ey, schau. Ey, guck mal, die kämpft mal auf den Baum. Boah, seid ihr bescheuert und behindert, ey. Oh, was ist runtergefallen? Lol. Wer bist du? Ich bin der Putti. Hier ist Putti, Mann. Ich bin tot, ja. Was? Ja, ich bin Putti. Putti hat eh bin ich. Warum nimmt der Trottel nicht einfach die Waffe, die da drinnen ist? Man hat doch die Waffe gehört. Mann, was sind das? Das sind immer diese Polen. Alter, warum ist der Trottel, der Lima, ah, der Delta? Ich war jetzt schon über den Mount Everest. Keine Ahnung. Geht schon rein der Hilfe, der Vollkoffer, der Behinderte. Der Jan, der Janky, der, der, der ist da irgendwo, keine Ahnung. Der Delta, rennt doch innen. Alter, gib der, wo der Yankee ist. Schau, wo der ist, der Trottel. Der Yankee, Janky. Ja, der Yankee, bitte bring ihn um. Ich sehe überall, überhaupt. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben Euro auf meinem Bildschirm. Ja, pech. Oh, endlich. Schau, der Typ ist nämlich AFK, was für eine Schwuchtel. Dann wäre das halt so schier aus, ich schwöre. Warum? Keine Ahnung. Der schaut doch nicht schier aus. Setzt drauf. Alter, ich bin schon wieder nur Beiständer. Was soll das? Nein, Spaß. Hallo. 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 Woher hat man das? Hallo. Hallo. Jemand hat so hello reingeschrieben. Weißt du, was ich mache? Ich mache jetzt das so wie die ganzen Swagger Hipster. Ich klein bin mich auf dem Baum. Reden mal so wie Cartman rein in den Scheißdreck. Ja, weil die Polen nämlich wissen, wie der sich in der deutschen Version anhört. Ganz sicher. Achso, ups. Schon mal da ran passt. Meins? Ach komm, Zulu, du bist doch asozial. So. Ich verstehe die nicht. Geh, bin gestolpert. Kann man da auch aufnehmen? Ich will campen. Und ich will überleben. Kommt man das nur so vor oder packt manchmal eine Coward bei mir? Was packt du dir rum? Eine so eine Ding. Eine Ding? Na so, ein Brecheisen. Eterpolnische Schlüssel. Achso, eterpolnische Schlüssel. Also der, der sollte manchmal herumpacken, wenn du irgendwas switcht oder so. Ja. Also aus der Waffe oder sowas. Na. Bist du Mörder? Na. Bist du ganz sicher? Ganz sicher. Achso, nein, da ist der Freire. Boah, wär ich Mörder, würde ich mich auf den Baum drauf chillen und dann zu tun, als wäre ich dann da voll der Gangster und macht er mit. Na, geh, bin runtergefallen, ins will ich auch nicht mehr. Ja, scheiß Trick. Ich komm schon nicht einmal auf den Zaun auf, ey. Bin am Spielplatz. Der kommt jetzt hier gleich der Mörder und bringt alle um. Bitte nicht. Bitte bringt mich nicht um. Das Opfer. Bitte. Bitte. Francais, Francais. Francais, balde, bitz aufu. Bitte. 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 Hoffentlich wer jetzt nicht bannt wegen sowas. Bitte. Bitte. Schuhe, wo geht. Wieso, was machst du? Ich hab Angst. Du Wikinesen zu reinreden, oder? Jemand schreibt so. Das ist ein polischer Server. Alter, da ist nirgends mal wo eine grüne Banane. Alter, fuck. Der Mörder, ich hab mich hier, Alter, es ist Syrah, es ist Syrah. Hilfe. Scheiße. Dreckige Note. Fuck. Mich hat die Sau, die dreckige. Die Sau kann auch schauen, Alter. Hure. Habt ihr mich gehört, hinten, nein, gell. Wie lange sieht er die Fußabdrücke? Vendetta, Vendetta. Wie lange sieht er die Fußabdrücke? Der Marius ist drin. Ey, der Marius ist drin. Alter, türkische Spritvorschlag. Der Marius ist drin. Marius. Ja, aufwacht mit den Klingeln, die Stimme. So. Marius? Das ist, ob das da drin ist, oder? Der ist ja anders, oder? Angie am Start. Er ist Angie am Start. Das ist der Marius. Oh, fuck. Der Marius ist im Spiel. Doch. Was jetzt fix ist, ich hol mir jetzt eine grüne Banane. Was ist da drüben so grün? Eine Banane. Jawohl, ich hab den ersten Teil von der scheiß Waffe. Gut, schau mal, ich hab in der Lobby den schlechtesten Ping von allen. Geil, da drin blitzelt noch was. Ich hab ein 56er. Ich hab ein 81er. Läuft bei mir. Nein, jetzt hab ich ein 55er. Da drin blitzelt auch was grün. Ich seh das so geil verpackt. Schau, der eine hat dann 5 Millisekunden Ping. Oh mein Gott, das hat er die Waffen ausgebaut. Jetzt geht's dazu. Wie's denn aus vom Baum unterpickt hat. Genial. Einfach vom Baum untergebracht. Der scheiß grüner Teil. Was packt er nicht? Warte, da ist so ein grünes Teil bei dir. Ja, er war grün. E drücken, drück eh. Hab ich schon. Geht nicht, der würde mich schon gegangen. Das ist wahrscheinlich irgendwo in diesen Error. Da drüben ist die Sau. Ich tatschiere sie noch. Hey, da drüben der nächste Krüner. Oh mein Gott. Alter, was brauch ich noch? Oh, 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 oh. Jetzt geht's zum Putti. Jetzt geht's zum Putti. Auf für die Stürke. Erst die behinderte Hure. Auf für die Stürke. Die Sessler zum Adumpi. Die Tür. Er steht vor der Tür und kommt nicht durch. Scheiße, Alter. Ja, die Tür. Was nehmen wir? Ich war so. Bitte nehmt dieser Schreier nicht ernst. Ah, das war mal wieder. White House nehmen wir. Die dreckige Note, Alter. Wunderschön. Per se. Sechs Sekunden. So, ich würde mal sagen, das war es aber für die erste Aufnahme von Gary Smuts. Mit Mörder. Es waren ein paar gute Momente dabei. Oder? Ja. 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 Die Tür war ganz lässig. Ja. Das war ganz lässig. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Und ja. Das war ganz lässig. Ich war ganz lässig.